Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Patrick Proaktionscoach und so weiter. Schönen ersten Advent an euch alle und ja, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen Ablenkung gebrauchen. Ich habe hier immer wieder feinsten Trash, sage ich mal. Und zwar geht es um diese Julian, jetzt hoffe ich, sei es nicht wieder falsch. Jürgen Ziedler, nicht Julian. Oh Mann, ich weiß nicht, warum habe ich das so falsch abgespeichert? Und da gibt es richtig schön Beef. Wir gucken uns das mal an, auch unter spirituellen Aspekten, die sie ja immer vorbringen hier. Also das ist, wo sein bester Kumpel gewesen. Und der macht jetzt einen Podcast, weil er jetzt mit seiner Kate zusammen ist, also mit seiner Ex-Freundin. Und wir dachten natürlich, die sind jetzt alle so super hochspirituell und stehen über allen Dingen. Das ist natürlich nicht der Fall. Sondern, ja, der liebe Julian, ich bin Julian, ich bin Julian, ich bin Jürgen immer. Also der liebe Julian auf jeden Fall, hat ihm eins in die Fresse gehauen irgendwie. Deswegen ist natürlich ausgesprochen spirituell, wie wir natürlich alle wissen. Ja, also wenn euch das zu trashig ist, guckt einfach das nächste Video, überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich mache jetzt einfach mal das. Ich glaube, das ist ganz amüsante, nehme ich mal an. Gut, dann gehen wir mal rein. Was denn der zu sagen hat? Und zwar ist das Kühnam Truong. Ich verlinke den auch gerne drunter natürlich. Und wir schauen einfach mal rein. Neu in Folge Mask Off, hier live aus Kupangan. Und heute mit dem Thema, einer Frage, die mir... Was uns ja gleich auffällt, ist, muss ich wirklich sagen, das verstehe ich, dass der Julian sich da aufregt. Das ist natürlich Mask Off ist ja schon irgendwie so das Wort von dem Julian. Und das würde mich auch total abfacken. Ja, also wenn dann der beste Freund seinen Podcast irgendwie genauso nennt, für mich, ja... Das ist schon echt strange. Mir am meisten gestellt wurde in den letzten Wochen. Kühnam, was ist mit Julian? Wie ist eure Beziehung? Stimmt es, dass er dich geschlagen hat? Oder sind das nur Gerüchte? Vor allem nach all dem, was mit Kate und mir passiert ist und gerade passiert. Und ich kann nachvollziehen, dass er diese Frage stellt. Denn Julian und ich waren beste Freunde, Brüder, unzertrennlich. Und für mich sind wir es immer noch. In meinem Herzen finde ich pure Liebe für ihn. Und kann verstehen, dass das, was passiert ist, passieren durfte und seinen guten Grund hat. Und bevor ich darauf eingehe, was zwischen uns passiert... Ja, hier sehen wir schon gleich, in welche Richtung das jetzt hier so geht. Alles hat einen Sinn. Alles hat einen Sinn. Auch der Ukraine kriege ich. Und ich durfte... Also diese seiere Stimme, die haben ja viele Spirits so drauf. Das macht Julian Ziedlow nicht. Muss mich wirklich zugutehalten. Dieses Geseier. Ich könnte mich da immer... Aber ich kann das nicht genau begründen, warum. Wenn er sagt, er fühlt nur reine Liebe. Ich könnte mich eigentlich so über einen Rechner auswürgen irgendwie. Weil ich kann das einfach nicht ab, diese Geseiere, diese Art zu reden. Aber naja. Trotzdem, auch weil ich jetzt ein bisschen kritisch bin. Ich wünsche dir eigentlich allen nur das Beste. Ich kann nicht in deren Köpfe gucken. Ich weiß es nicht. Ich finde diesen Kult, weiß nicht, ob der da auch war, ist Basia-Kult äußerst seltsam. Aber mein Gott, kann jeder machen mit seinem Leben, was er will. Für mich sind das alles junge Menschen, die im Partyleben leben, auf Thailand und versuchen, sagen sie ja teilweise auch, möglichst wenig Verantwortung und möglichst viel Spaß zu haben. Können wir sich nicht alle verstehen. Aber naja, trotzdem. Interessant vielleicht. Ich würde das wirklich gerne einmal ausholen. Denn um euch einmal zu vermitteln, was Julian für mich für eine Rolle spielt. Ohne ihn würden die meisten, die hier gerade zuhören und zuschauen, wahrscheinlich gar nicht da sein. Julian. Ja, des Anfangs gehen wir aber ein bisschen drüber hinweg. Also er sagt jetzt, dass er wie so ein Vater für ihn gewesen wäre. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum ist da jetzt so. Also Julian werden wir gleich sehen. Sein Story redet ihn auch so ein bisschen an wie Bengel und so. Ja, wo dann vielleicht die Wut herkommt, die spirituelle Wut. Und ja, und er hat die natürlich auch. Natürlich ist Julian das Zugpferd, hat vielleicht ihn mit ein bisschen bekannt gemacht. Und ja, also profitiert natürlich von ihm. Aber ich denke mal, ich höre mal ein bisschen weiter, aber wahrscheinlich schneide ich das raus. Wir gucken mal ein bisschen später. Ich höre mal für mich immer, dass das mit Elina gerade nicht richtig ist. Und ich gerade nicht ich selbst bin. Und so war es dann, dass wir uns als Freunde gesehen haben und über die Zeit ich ein Gefühl entwickelt habe, wo ich mich gefragt habe, das ist wunderschön. Und es fühlt sich nach Liebe an und eine Liebe, die über Sexualität hinausgeht, weil wir hatten damals auch noch nichts miteinander und es war wirklich wunderschön mit ihr. Und bevor ich überhaupt was mit ihr hatte, bin ich auf Julian zugegangen, von Bruder zu Bruder und habe mit ihr mal ein ehrliches Gespräch gesucht. Also ich stelle mir mal vor, das ist ja mal eine Freundin. Ich weiß wieso nicht, was die mit der so haben. Aber ist ja egal, Geschmäcker sind unterschiedlich. Alles gut. Aber was hat man von einer Freundin, die rauf und runter auf Onlyfans ist? Also das erschließt sich mir nicht mal, ist nicht verboten. Das ist natürlich super, passt zu dem Ganzen. Einfach eine natürlich super hochschwingende, aber auch scheinbar einfache Art, sein Leben zu finanzieren, Geld zu verdienen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann immer mehr reinzieht und dass man immer mehr dreckige Sachen machen musste. Aber vielleicht habe ich da eine falsche Vorstellung von. Also insofern, aber ist ja auch egal. Es ist nicht verboten. Aber ich weiß nicht, aber ich raffe das irgendwie nicht so richtig. Und habe alles mit ihm zu teilen und habe ihm alles offengelegt, jedes einzelne Detail, ohne etwas zurückzuhalten, habe mich entmaskiert und habe gewählt, ehrlich zu sein. Also dieses mit dem Mask-Off, da wollte ich auch mal was zu sagen. Also das wird ja immer von allen so hier, das ist auch so typisch, diese Spiegel-Szene. Ich bin so real, ich bin so real, ich bin so real, ich bin so Mask-Off. Also ich höre da, ehrlich gesagt, immer das Gegenteil. Vielleicht liegt das an mir. Ich höre immer, Achtung, vielleicht kommt jetzt die nächste Maske. Und ich habe so gelernt in meiner Ausbildung und das denke ich, also glaube ich auch bis heute, wir wissen nie, ob wir nicht doch noch eine Maske aufhaben. Wenn wir denken, wir sind so super real, kann sein, das ist wie so eine Zwiebelschale, dass da drunter noch was liegt und es liegt noch was. Und wir können uns nie sicher sein. Wir sind Menschen lieber, die sagen, ey, ich versuche so real zu sein, wie es geht, aber ehrlich gesagt, ich bin nur ein Mensch. Vielleicht gibt es da noch eine Ebene da drunter. Jeder ist mir persönlich, würde ich viel mehr vertrauen, als jemand, der sagt, er ist so super real und super spirituell und hat es voll drauf. Da laufe ich innerlich schon weg immer. Er hat das für sich erstmal verarbeitet und ich habe natürlich gesehen und gefühlt, dass er enttäuscht ist, dass dort auch Wut ist. Und ja, jetzt können wir mal überlegen, was haben wir hier für ein Szenario. Wir haben ein Szenario, der beste Kumpel, Vögel, die Ex-Freundin. Meine, mehr ist es eigentlich nicht. Also das ist eigentlich schon alles. Die Story ist eigentlich schon auserzählt. Und natürlich macht das komische Gefühle. Jetzt hätte ich natürlich gedacht, wenn man, was die sich immer für sich beanspruchen hier alle, so super über den Dingen steht, sollte einem das doch egal sein. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht mal eine committete Beziehung hat, wenn die alle kreuz und quer herumvögeln da auf Bali oder Thailand und ich weiß nicht, was Julian ständig parallel was laufen hat. Warum muss man da jetzt dann, verstehe ich es noch weniger, warum die sich benehmen wie die Hinterhof-Gang, die das auch genauso machen würden. Nichts anders, ne? Also das verstehe ich immer nicht richtig. Habt ihr immer viel Zeit gegeben. Und da switchen die halt ständig hin und her zwischen einerseits, wir lassen alles raus. Da kommt ja gleich auch noch, wir lassen alles raus. Und andererseits, wir sind zu hochspirituell. Und das ist auch, ich weiß nicht, das sind so Sachen, die kann man eigentlich nicht zusammenkriegen. Deswegen so, man kann nicht einfach sich, weiß ich nicht, wie, ich hätte es immer gesagt, wie so eine Affenhorde benehmen, aber ich will die jetzt nicht vergleichen, damit überhaupt nicht. Also, aber so auf so einem Niveau, weißt du, von so, weiß ich nicht, du hast meine Ex-Freundin gevögelt, ich hau dir einen rein. Und dann gleichzeitig sagen, aber wir sind so real, also real kann man vielleicht noch sagen, das ist ja, glaube ich, auf eine Art real, aber dann gleichzeitig sagen, so, immer nur high excitement, immer nur deep love und alles, schwierig, ne? Dann hat er mir geschrieben, macht, was ihr wollt, nur eine Bitte, bitte bringt Kate nicht in mein Umfeld beim Essen oder bei einem Event oder sonst wo, wenn wir in der Gruppe sind. Und das kann ich natürlich nachvollziehen, ich habe es respektiert und akzeptiert, weil er sich gerade von ihr gelöst hat und ich mir vorstellen kann, dass es natürlich schmerzvoll ist, wenn er sie dann sieht und besonders, wenn er sie dann mit mir sieht, auch wenn ich noch nicht mal wusste, ob wir was machen. Ich sage auch ganz ehrlich, er wird gleich sagen, ja, Julian hat mir einer reingehauen, kommen wir gleich noch zu, aber wenn ich mir vorstelle, also ich nehme ja gar nicht für mich einen Anspruch, immer so super hochschwingend zu sein irgendwie. Okay, also klar, man bemüht sich drum, aber wir sind auch nur Menschen, meine Güte, aber wenn ich mir jetzt überlege, mein bester Kumpel hat was mit meiner Ex-Freundin, worauf ich nicht mehr noch denken würde, mein Gott, er ist die Ex, ne? Aber, und wird er so auf mich zukommen mit so einem Geseier, das wird mich auch total aggressiv machen, total aggressiv machen, wirklich. Und das ist ja auch mal die Frage, wenn man irgendwas so aggressiv macht, sind das ja eigene Aggressionen oder du schwörst mal die Aggressionen des anderen, die er nicht ausdrückt, ne? Das wissen wir natürlich immer nicht so richtig. Und dann haben wir ja noch nicht, aber generell sie zu sehen schon, klar. Und das ist alles, was ich möchte. Und das habe ich respektiert und habe mir gleichzeitig gesagt, ich werde jetzt nicht etwas zurückhalten oder sie jetzt nicht mehr sehen, weil, so wäre der Glaubenssatz, weil Papa mir es nicht erlaubt, sondern ich habe gesagt, wir sind Freunde, wir sind Brüder. Und ich habe keine Angst mehr, dass Papa mir seine Liebe entzieht oder ich Papa enttäusche, sondern ich möchte meinem Freund mein wahres Gesicht zeigen. Und wenn das dazu eine Enttäuschung führt, dann ist es gut, weil ich sehe, was ich fühle. Und so war es dann, dass er mich danach blockiert hat, was ich auch verstehen kann, weil er dieses Tanz gerade wahrscheinlich gebraucht hat. Und davor noch habe ich ihm geschrieben, dass ich eine Distanz fühle. Und falls er sprechen möchte, falls er Aggressionen, Wut, Enttäuschung teilen möchte, ich von Herzen gerne da bin, aber es auch nicht forcieren möchte, sondern einfach nur den Raum dafür anbieten möchte. Danach hat er mich blockiert. Danach haben wir uns getroffen beim Ecstatic Dance und er ist auf mich zugekommen, hat mich umarmt. Ja, es wird ja das Gleiche. Stellt euch mal vor, ihr habt, ob dieser Beef jetzt berechtigt ist oder nicht, egal. Ihr habt Beef mit eurem besten Kumpel, wo ihr denkt, der hat gerade echt scheiße gebaut. Und dann kommt der so an, ich möchte dir gerne Raum geben, die Gefühle mir gegenüber. Boah, also mich wird das auch so hart triggern. Sehr lange, sehr tief. Und ich habe in diesem Moment gefühlt, dass diese Verbindung zwischen ihm und mir eine unendliche Verbindung ist, die über das hinausgeht, was gerade ist. Über die Emotionen, über die Konflikte. Das ist immer da. Wenn alles drumherum schwindet, wenn sich Emotionen legen, das wird immer da sein. Da hat auch Kate umarmt und ist dann weitergegangen. Und dann war es so, dass ein paar Tage später ich immer noch gefühlt habe, dass da was in der Luft ist und auch die Distanz gefühlt habe. Und ich auch gefühlt habe, dass es gut sein kann, dass es eskalieren wird, dass Aggressionen hochkommen. Und ich mich vorher schon gefragt habe, wie möchte ich darauf reagieren? Und mir gesagt habe, fühle ich Julian gegenüber Aggressionen? Nein. Weil ich habe ihm meine volle, ehrliche Wahrheit geteilt. Ich habe keine Gefühle unterdrückt und mein wahres Gesicht gezeigt. Deswegen, ich fühle ihm gegenüber nichts Böses, außer Liebe und gleichzeitig auch Mitgefühl. Weil ich wusste, es ist nicht einfach für ihn. Ja, ich meine, das ist immer so einfach gesagt. Er ist jetzt frisch verknallt wahrscheinlich, hat von Papa, sie reden ja immer mit diesen Übertragungen hier, von Papa die Frau übernommen und finde es jetzt super. Es ist immer leicht für Leute, die gerade in so einem Abzwingen sind, zu sagen, du, ich habe damit jetzt gar kein Problem. Aber gut, naja, was sollst du? Und konnte mir vorstellen, dass diese Sachen geteilt werden. Ich habe ihm vorher gesagt, wenn du möchtest, sprechen möchtest und Aggressionen teilen möchtest, mach das gerne. Ich wusste nicht, dass es so kommt, wie es dann gekommen ist. Das hat Julian dann leider zuwörtlich genommen. Aber es war dann so, dass ich zur Massage gegangen bin, oder wir, und ich dann rausgekommen bin und auf meinem Motorrad war, gerade extrem entspannt war. Und dann plötzlich von hinten meine Kapuze gezogen wurde und ich mich umgedreht habe und Julian gesehen habe, der sehr wütend und sehr aggressiv war und mich angeschaut hat und hat gesagt, komm her, komm her. Ich habe ihm gesagt, relax, bro. Und danach hat er mich vom Motorrad gezogen, auf den Boden geworfen und zweimal ins Gesicht geschlagen. Nice. Und ich wusste vorher, ich werde mit Ruhe reagieren. Ist das nicht richtig spiritueller Umgang mit solchen Themen? Einfach in die Fresse hauen. Also ich weiß es nicht, aber ich meine, die Teil der ihr Leben ist öffentlich, da kann man ja auch ein bisschen spekulieren. Weiß ich nicht, vielleicht sind das auch echt zu viele Drogen. Also ich meine, wie schon Eckart Toll immer sagt, Drogen, verstärkenden Schmerzkörper und ich weiß nicht, ob das so eine gute Wahl ist von Julian. Oh mein Gott, selbst wenn er jetzt, vor allem worauf, ich meine, das ist alles unangenehm. Aber es wurde ja scheinbar sogar angesprochen. Aber wie wir gleich bei Julian noch sehen werden, gibt es wahrscheinlich noch andere Sachen. Aber es ist immer noch die Ex. Vielleicht müssen wir nicht Zeit vergangen, aber Kate lässt wahrscheinlich auch nichts anbrennen. Und naja, es ist es. Antworten und jetzt nicht in die Aggression oder Schlägerei gehen oder sonst irgendwas. Weil, wie gesagt, ich kann nachimpfen. Aber es gibt natürlich sowas wie so ein Bro-Code. Und ich glaube, was er so ein bisschen außer Acht lässt, kann natürlich sein, natürlich kann man das alles machen. Nur, da fragt man sich natürlich schon, was ist ihm wichtiger jetzt, die neue Frau oder sein Kumpel irgendwie. Und der es ja scheinbar nicht so witzig findet. Vielleicht hat er aber auch unklar kommuniziert. Aber ist natürlich auch ein Signal, nee, du, Freundschaft ist mir nicht so wichtig. Also das ist, was ich immer so Subtext nenne von Handlungen. Der Subtext ist, unsere Freundschaft ist mir nicht so wichtig. Ich möchte Lido und Kate bumsen, wie die sich hier ausdrücken. Und ja, fair enough, dann ist man vielleicht der beste Kumpel ein bisschen sauer. Natürlich sollte man das, ich meine, ich weiß nicht, wie das an dieser Sektion ja so üblich, aber sollte man das anders regeln heutzutage. Finden, wo er das kommt. Und ich habe ihm gesagt, wenn du Aggression, Wut, Enttäuschung teilen möchtest, mach das. Und ich liebe ihn. Und dementsprechend habe ich ihn danach angeschaut, habe ihm gesagt, fühlst du dich jetzt besser? Oder habe ihm angeboten, mich nochmal zu schlagen, wenn doch Aggressionen da sind. Weil ich wusste, er möchte diese Aggressionen raushassen, genauso wie ich. Leute, guckt euch das nicht ab, wirklich. Also im Leben geht es wirklich um Grenzen setzen und nicht um, er macht so ein bisschen was, was viele Leute machen mit ihrem toxischen Partner, der sich scheiße behandelt. Und ja, vielleicht im übertragenen Sinne auch ins Gesicht schlägt und dann immer wieder, nein, ich werde mit Liebe darauf reagieren. So läuft die Welt nicht, Leute. Und erzählen, was du willst. So läuft die Welt nicht. Man muss sich, natürlich kann man, das sind verschiedene Ebenen auch. Natürlich kann ich, wenn ich so meditiere, kann ich sagen, ja, ich finde Liebe für alles, was ist und so. Ja, alles gut. Aber irgendwo sind wir auch Menschen. Und das sind einfach verschiedene Ebenen so. Und da, ja, darf man auch mal sagen, hey, hast du einen Ratte? Lass mich in Ruhe. Oder darfst du dich, also muss ich ja nicht zurückschlagen, darfst du dich irgendwie aber schon sagen. Also nicht noch, haben wir nochmal eine rein irgendwie. Aber was wir ja auch bei Julian sehen, ist eben genau das Problem, was dieses, das ist ja eigentlich, habe ich ja schon damals gesagt, ist so out, dieses Ausagieren von Sachen. Aber selbst früher, als es in war, war damit nie gemeint, dass man jemanden in die Fresse hauert, früher war damit gemeint, zu sagen, ich würde dir jetzt am liebsten in die Fresse hauen, also damals in den 70er, 80ern so. Ich würde dir gerne einen in die Fresse hauen, weil man jetzt natürlich, selbst damals hätte keiner gesagt, man sollte das wirklich tun. Also da sieht man mal, was für eine Verirrung das ist irgendwie. Meine Gefühle nicht unterdrücken möchte, möchte ich nicht, dass mein Freund, den ich über alles liebe, seine Aggressionen oder seine Gefühle oder Emotionen unterdrückt und dann auch die raus, also wir sind gestandene Männer, wir können auch mal was abbekommen und es ist okay und uns trotzdem lieben oder gerade deshalb lieben. Und danach ist er weitergegangen. Sorry, wie meine ich jetzt so viele Unterbrechungen, wie meine ich so wenig, also ja natürlich kann Reibung Nähe erzeugen, aber nur wenn beide mitmachen, wenn sich auch beide streiten, wenn er dann sagen würde, ey sag mal, hackt's hier noch und dann, ja gibt's vielleicht, vielleicht rangelt man sich ein bisschen und daraus entsteht eine neue Nähe, aber nicht, wenn einer sagt, boah, ich bin so, schlag mich, ich möchte dir mit begegnen, mit einem offenen Herzen und das erzeugt keine, also da ist einer ist jetzt sozusagen, also da, man könnte jetzt sagen, Julian ist da real, ob das jetzt auf eine gute Art ist, ich finde nicht, aber, aber man muss sich natürlich schon fragen, ob er hier real ist, ne. Und das ist crazy, weil in der Situation, das ist auch wieder das, wo ich das Gefühl habe, das ganze Leben ist ein Film, ein ganzes Set, wo Sachen zusammenkommen, die man nicht besser hätte schreiben können in einem Skript, weil danach sind plötzlich Jenny ist gekommen von der Selbsthilfegruppe auf der anderen Seite und hat das mitbekommen, andere Leute sind gekommen, Freude sind gekommen, Sarah hat plötzlich da, also, es war gefühlt jeder aus unserer, also mir tut's leid, also ich habe nur damit gefühlt mit ihm, dass er sich da schlagen lassen muss, ne, also, ich meine, es ist auch schön, dass die Leute dann da sind, aber das wird immer so ein Bohei, man achtet auch auf diese Ornamente, links und rechts, ein Bohei drum gemacht, ähm. Aber natürlich trotzdem schön, wenn die füreinander einstehen und so, aber wie kann er das gut heißen, ne. Die Gruppe war plötzlich an diesem Punkt zufällig und mir wurde extrem geholfen, danke an jede einzelne Person, die mit dabei war, die mich besupportet hat, weil das für mich natürlich auch ein Schockmoment war, zuerst, ich meine, auch wenn man sich darauf vorbereitet, ist es trotzdem ein Schock in dem Moment, wenn es passiert und gleichzeitig habe ich um mich herum gesehen und wusste, wow, danke, dass dieses Leben so gütig ist und dass ich so eine Situation mit solchen Menschen teilen darf, die mich sehen und supporten. Und gleichzeitig Julian gegenüber war natürlich zuerst, wie kann er nur, aber ist alles Ego, ist alles nur mein Ego. Am Ende des Tages möchte ich, dass er auch genau so seine Emotionen überliest, weil, was passiert, was machen die meisten Menschen, wenn sie Aggressionen haben? Ja, also er sagt, das ist völlig in Ordnung, dass er mir einen runtergehauen hat, ne. So, da kann man jetzt auch sagen, der Ukraine kriegt es in Ordnung, ne. Also Russland war halt sauer auf Ukraine und dann werden die eben überrannt. Ja, also das ist eine Logik. Ich komme da nicht drauf klar. Also das ist, was reitet die Leute da wirklich? Klar, es ist jetzt ein sehr großer Schritt, aber die meisten Aggressionen werden nicht gefühlt und gelebt, sei es mal. Da hat er vollkommen recht, aber es ist, also das ist wirklich, wenn ihr eins aus diesem Video mitnehmt, dann ist es ein Riesenunterschied, ob ich, ich finde auch, gebe ich ihm recht, es wird viel zu viel unterdrückt. Also gerade mit diesem ganzen Walken-Zeug und so, man darf ja nichts mehr, es wird ja vorgegeben, was wir alles fühlen sollen, so. Und es wird ganz viel unterdrückt, aber das nicht mehr zu unterdrücken heißt natürlich nicht, dass man es ausleben soll. Das nicht mehr unterdrücken heißt, ich nehme es immer wahr, ich habe ein psychologisches Containment, nennt man das, ne, so ein Behälter, wo ich diese Emotionen spüren kann und ich muss sie auch nicht unterdrücken und so, aber das heißt nicht, dass man es ausleben soll, ne, also mal lauter zu werden, sei es mal, es auszudrücken, sei es mal ein bisschen aggressiver zu werden oder sei es in dem Fall von Julian auch mal mir eine reinzuhauen. Die meisten Menschen machen das nicht und wenn er es nicht machen würde, würde er diese Aggression in sich tragen, weiter in sich verbuddeln, dann nach Hause gehen und dann was weiß ich was vielleicht bei seinen Kindern plötzlich hochkommen, weil es so unterdrückt ist, dass er plötzlich aggressiv wird oder dass man plötzlich passiv-aggressiv durchs Leben läuft und überall irgendwo Aggression ein bisschen verteilt und man sich dem nicht bewusst ist, aber dadurch, dass er das ausleben konnte, konnte er diese Aggression teilen und darüber freue ich mich. Danke, danke für deinen Dienst. Und manche auch gefragt haben, ja und Kinder, wie findest du, dass Julian so ein Highest Excitement folgt und dir eine reinhaut? Also man hier auch sieht, aber das ist bei Julian auch immer wie geil, die sich alle halten, ne, aber okay, es ist alles menschlich, ne, muss man aber nicht, ist auch egal irgendwie, aber das fällt mir mal wieder auf, ne? Wundervoll. Ich kann das handeln und ich sehe, warum es passiert und viele denken sich, ach, alle spirituell gestörte Menschen, aber nein, ich sehe, warum es passiert ist und ich liebe ihn bedingungslos. Egal, was vorgefallen ist, egal, was passiert ist und auch, weil ich weiß, dass ich für mich eingestanden bin und wenn das die Konsequenz davon ist, dass ich für mich einstehe, dann ist das genau richtig und ich werde keine Sekunde zurückdenken und bedenken, ach, hätte ich das mal nicht anders gemacht. Ich vermute, die Wut kommt ein bisschen her, dass er irgendwie so ein bisschen kopiert auch mit seinem Podcast, also ich vermute, ich frage mich, ob das nicht eigentlich das eigentliche Problem ist. Hätte ich das mal gelassen, nein, das, was ich fühle jetzt in diesem Moment zu Kate, ist so schön, ich würde das, ich bräue nichts davon und unabhängig davon, was sich daraus entwickelt, natürlich wäre es einfacher zu sagen, oh, ich habe gesehen in meiner Zeremonie, das ist die Frau meiner Kinder und ich werde sie heiraten und mein Leben mit ihr verbringen, natürlich wäre es einfacher, dann zu wissen, dass genau das Richtige ist, aber ich weiß es nicht, das Leben ist auch das Vertrauen ins Ungewisse und auch das Gefühl in diesem Moment zu sehen und anzunehmen und das Gefühl ist wunderschön und wenn das die Konsequenz dieses Gefühls ist, dann ist es okay, dann kann ich es halten und dann voranschreiten und wieder loslassen und nicht Ewigkeiten daran hinterherhängen oder Julian verurteilen oder ihm sagen, ach, was für ein Scheißfreund, nein, klar ist es ein Schock im Moment, klar kommt mein Ego hoch, klar kommen Emotionen hoch und dann lebe ich sie durch, lasse sie los und dann sehe ich das große Ganze und verstehe und fühle, warum es passiert ist und gehe anstatt weiter in die Verurteilung gut, ich glaube, ihr wisst ein bisschen, in welche Richtung es geht, ich glaube, wir gehen mal zum Ende und nicht mehr von Vater zu Sohn du darfst für dich fühlen und wahrnehmen, was deine ehrliche Wahrheit ist in jedem Moment und das kann bei jeder Situation, in jeder Beziehung anders sein. du darfst für dich wissen, was du fühlst, was dir wert ist und ob du bereit bist, diesen Schritt zu gehen oder auch nicht zu gehen und das eine ist nicht richtiger oder besser oder schlechter oder falscher, nein, was ist deine Wahrheit und da darfst du mit dir selbst ehrlich sein. Da geht es nicht um mich oder um andere, die zuschauen, sondern um dich, weil es die Integrität, die du zu dir selbst hast und dann wirst du genau wissen, was du tun hast. Ich habe für mich lernen dürfen auf dieser Reise, das schönste Leben und die schönsten Momente des Lebens haben sich immer ergeben, wenn ich meine Wahrheit gelebt habe, auch wenn es teilweise schmerzvoll war, teilweise viele Emotionen wie Schuld, Scham, was ich auch hier teilweise hatte, hochgekommen sind, aber sich dadurch auch gelöst haben, wenn wir durchgehen. Es war immer der Ursprung für die schönsten Erlebnisse, Momente des Lebens, wo die magischsten Sachen passiert sind. Also was mir hier fehlt ist, ich meine, man kann sagen, klar habe ich eben auch gesagt, die Kate war Single, das sind freie Menschen, natürlich dürfen sie das, aber nochmal, die haben sich gerade getrennt und auch scheinbar ziemlich dramatisch getrennt oder relativ dramatisch und gut, meine Julia hat auch gesagt, er wäre drüber weg, ist das scheinbar nicht. Aber natürlich hat das so ein Geschmäckle, wenn die Ex dann sofort mit deinem besten Kumpel was anfängt. Also ich finde es total menschlich, dass er auch beide irgendwie sauer ist und wie gesagt, ich finde das Gegenteil von hochschwingend, aber gut, das haben wir ja schon thematisiert hier. Aber ja, ich wäre auch auf die Sauer, würde auch denken, was soll das jetzt? Wollte ich mir irgendwie eine reinsemmeln? Deswegen, ich kann seinen Ärger da irgendwie verstehen, wenn er jetzt, dass ich noch alles so auf so ein Podest heben würde, dass alles, was er macht, hat so Goldsprenkel und ist was ganz Besonderes. Ja, es ist einfach ein ganz normales Drecksdreieck, ein Konflikt unter Freunden, ja, so ist die Welt. Ja, könnte man es abhaken? Das ist wie bei vielen Sachen, habe ich ja gestern bei Iris und Peter Klein auch schon gesagt, man könnte vieles einfach so abhaken und sagen, ja, Gott, so ist das halt, ist scheiße, aber es ist ja auf Social Media, muss es ja immer was ganz Besonderes sein und unsere Geschichte ist was ganz Besonderes und naja. Wenn ich mich entschieden habe, meine ehrliche Wahrheit zu leben und vielleicht, dann gilt das auch für dich und das darfst du ganz alleine für dich herausfinden. Mir fehlt noch ein bisschen die Spiriermusik im Hintergrund. Danke, danke sehr. Julian. Wahnsinn. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke dir für die Schläge. Und ich hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Gemeinsam lachen, weinen, tanzen. Also ich würde mich lieber mit meinem Puppets aufscherben. Boah, Insel unterhalten als sowas, ey. Wirklich, ey. Zermin machen. Unsinn treiben. Unsere Wahrheit leben. Mask off. Oh, das hat mich jetzt nochmal richtig getroffen. Also ich kann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann, ähm, ich kann, ähm, ich kann, ich kann Julans Ärger verstehen, das ist natürlich, sollte man dem, aber ich glaube, ich glaube, das ist, ich könnte mir vorstellen, dass euch das jetzt nur spekuliert, so eine Übertragung ist, ne? Dass man wirklich, ähm, dass man, äh, dass man spürt, also ich, dass man vielleicht eher hier aggressiv ist und denkt und, und so ein Thema mit ihm hat und denkt, jetzt schnappe ich mir mal seine Ex-Freundin, ähm, und dass man seine unterdrückte Aggression nicht spürt und die dann aber wiederum Julian spürt irgendwie, ähm, also mich würde das auch total aufregen und vor allen Dingen, wenn dann noch, äh, diese, ähm, Buzzwords benutzt werden, die man selber kreiert hat, würde mich auch total aufregen. Ja, wie hat, äh, Julian Zwiedlow darauf reagiert? Vielleicht gibt's auch schon wieder was Neues. Ähm, so. Ja, mal gucken, was Julian jetzt dazu geschrieben hat, ähm, also, erst mal bricht er sich natürlich über den Namen auf, kann ich total verstehen, äh, war dein bester Freund, bla bla bla, ähm, aber da sieht man ja, okay, das ist, ja, scheinbar alles ist aus seiner Sicht nicht gut gelaufen ist und, äh, wie gesagt, einfach wie so eine Hinterhof, äh, Bro, Bro-Code-Schlägerei, äh, naja, okay, was schreibt er noch? Aber ich kann verstehen, dass er da auf ihn sauer ist, das verstehe ich schon, ne? Ähm, dann natürlich wieder jetzt nächstes Slide, äh, ich habe im November auf Fangarn neun Tage miteinander vor Freude geweint. Ich kenne niemanden, ich kenne, also, er ist natürlich der einzige seit Menschengedenken, der sowas erlebt hat, ähm, wieder, also, er ist wieder was ganz Besonderes, kennen wir natürlich auch schon, äh, alle sind verrückt nach ihm, äh, wie gesagt, ich kann es irgendwie so, immer, irgendwie kann man es verstehen und irgendwie denke ich auch immer, ey, mein Gott, die, ich habe doch sowieso jeden Tag mit jemand anders was, ey, Mann, oh, Meter, ey, muss das sein, aber naja, gut, ähm, ja, undankbare Ratte ist auch, aber gut, ist natürlich, die Aggressionen müssen raus, ne? Ähm, äh, da, 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 den Rest verstehe ich alles nicht so richtig, ähm, aber scheinbar ist ja auch Kate ziemlich sauer, wenn ihr hier sagt, ähm, sie ist nur noch ein kleiner Fleck an meinem Hals im Gegensatz zu ihren Gefühlen für mich, ähm, ja, er ist drüber weg und sie natürlich nicht, ja, eure Masken sind so ekelerregend, wie kannst du deinen Podcast so nennen, ähm, ja, verstehe ich auch, aber ich sehe, ich sehe überall nur Ego, ist ja auch nicht schlimm, aber warum kann man es nicht einfach sagen, ja, wir sind im Ego, was soll's irgendwie, ne, ist doch kein Problem, ne, ähm, so, äh, jedes Mal höre ich von deinen Freunden, ähm, die zwischen euch abläuft, äh, und dass die keine Zuneigung sein kann, weil sie natürlich noch so in mich verliebt ist, ja, klar, klar, äh, ist das nicht irgendwie herrlichster erster Advent Trash, also wirklich, naja, so, was haben wir noch, ähm, ja, das finde ich jetzt auch krass, äh, wenn das denn stimmt, ich weiß natürlich alles nicht, äh, euch geht das Geld aus und du unterstützt es das intimste Videos von mir gegen meinen Willen und für Geld von dieser Trashbrau weiterverbreitet werden, vermute mal auf Onlyfans, ja, das ist natürlich echt ekelhaft, ne, so, jetzt ist aus der großen, die größten Liebe, die man sich auch noch tätowieren lässt, natürlich sind jetzt zwei hochkriminelle Scharlathurner geworden, naja, da wird ja noch viel Trash, also wenn ihr mehr davon, ich weiß, das ist alles jetzt nicht so hoch, psychologisch hoch, aber vielleicht, das jetzt ist, vielleicht lenkt es euch auch ab, ähm, äh, so, und dann wirft er eben hier vor, also die machen ja auch irgendwelche heiligen Zeremonien und der wirft ihm hier vor, ähm, ja, da mehrere Frauen durchgenommen zu haben. Ja, was soll man dazu sagen, also, weißt du, wenn man, das verstehe ich immer nicht, wenn man sich so benimmt, wie so, wie soll ich mal sagen, ach, wie soll ich das mal sagen, ähm, weißt du, so im Nebenbule eine reinhauen, alles nageln, was hier auf dem Baum ist, kann man ja alles machen, ist alles okay und kann euch ja auch noch unter Highest Excitement laufen lassen, aber das jetzt so sagen, das ist jetzt, ähm, der Weisheit lässt zerschluss und so, super hochstehend, hm, wenn es überhaupt stimmt, aber ist ja eigentlich mal das gleiche hier, ähm, gut, da rächtet sich dann noch, auch in den Storys, äh, habe ich jetzt nicht mal reingeschnitten, noch weiter drüber auf, äh, gibt bestimmt noch feinsten weiteren Beef, würde ich mal behaupten, und, na, wie seht ihr das Ganze, hoffe ich war nicht zu streng und lasst gerne einen Kommentar, dann Like oder Dislike, whatever, und wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben, und denkt immer dran, love is always the answer, ne, genau.